Mehr als zwei Stunden hat ein Pferd in einem Schlammloch zwischen Siebenstern und Herste im Kreis Höxter festgesessen. Das Tier namens Natascha hatte auf einer nahegelegenen Weide gestanden und war ausgebüxt. 15 Feuerwehrleute der Löschgruppe Herste waren ausgerückt, um die 23-jährige Warmblutstute aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Ein Tierarzt spritzte dem Pferd zuvor ein Beruhigungsmittel. An zwei B-Schläuchen der Feuerwehr zog ein Teleskoplader Natascha aus dem Schlamm. Das Tier lebt auf dem Gnadenhof von Herbert Haas. Der ist froh, dass die Sache glimpflich ausgegangen ist. So wie es aussieht, ist nichts, keine Verweizung an. Das heißt, es geht heute wieder auf die Weide? Ja, geht wieder auf die Weide. Wird gewaschen und dann geht's wieder auf die Weide.